und wir sind wieder zurück hier in der wüste ich hatte letztes mal wieder ein bisschen zu früh aufgehört habe ich gesehen waren glaube ich nur 8 8 oder 9 minuten glaube ich war es nur viel zu kurz dafür werde ich jetzt die nächsten parts werde ich mal ein bisschen auf die zeit achten sich da so 12 13 minuten auf jeden fall hinkriegen also wir suchen jetzt hier immer noch 100 münzen nach wie vor ja und jetzt mal also hier waren wir ja schon ich bin der meinung wir müssen jetzt schon in die pyramide aber weiß ich nicht wo kommt raus weiß ich halt nicht genau dann immer wieder hoch war hier noch irgendwas ja damit waren wir jetzt noch kurz ich weiß nicht sollen wir jetzt schon rein ich weiß nicht wie drüber so komm wir gehen einfach rein wir gehen einfach rein das heben wir uns auf ich will uns erst mal ein paar andere müssen die leichten zum beispiel so hier hinten noch drei boombas wo ist man sie jetzt oh ne die ist da oben gelandet oder nicht oh nein jetzt sind die beiden anderen oben na egal ich will ...und einen Tag später... Nein! Nein! Genau das ist die Scheiße. Genau das wollte ich nicht. Also müssen wir nochmal nach oben. Wo kommt er da? Oh ne. Okay. Wieder warten bis da unten. Zack. Nein, nein. Komm, komm. Mein Scheiß. Oh Mann, warum kommt der denn da nicht drauf? Hier. Hier. Oh, die beiden will ich nicht vergessen. 64. Wow! Ich werde das. Oh no. Oh Mann. Oh Mann. So, hier hoch. Und dann kann doch hier dieser hässliche... Oh, nee. Nein. Oh, Alter, war das knapp. Immer lieber aufgeben. Zack. Oh, nein. Genau das, was ich nicht wollte. Mann, Mann, Mann. Nein. Alter, Junge. So, jetzt aber. Wollte schon sagen, ob er da nicht hochkommt. Wir sind wieder ganz nah oben, ey. Vorerst, wenn wir uns hier noch ein bisschen münzen. Ich überlege gerade vielleicht, müssen wir gar nicht mehr hoch? Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Ich glaube, wir müssen gar nicht mehr hochkommt. Jetzt einfach wieder auf dem Rollen runter. Warte, bis der Kollege hoch ist. Dann holen wir uns jetzt noch die blauen Münzen. Ich bin ja nur noch 20, ich hoffe, das war halt. Ich darf die noch nicht verpassen. Ich glaube, das ist nicht. Ich bin ja nicht mehr hochkommt. Ich bin ja nicht mehr hochkommt. Nein, da kann man weiteres Leben Ey, kommt er da nicht hoch? Geht doch So, jetzt aber Okay Ah, schon will ich Die Münzen hätte ich mir auch holen können, aber So, jetzt gehen wir einfach ganz nach oben Da waren ja noch genug Münzen, hoffentlich Ja, jetzt machen wir so nicht So, komm Woah Hab ich halt gar vergessen, jetzt gehen wir auch noch Hier vorbei Zack, 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 zack Wollen wir mal Wo ist der Fetzer? Da So, endlich Mein Gott Endlich Kurz verlassen Nächstes hin Wilde Wasserwerft Okay, dann sehen wir uns da gleich wieder So, da sind wir wieder In der Wilden Wasserwerft Versuchen jetzt unser Glück Zack 100 Münzen zu sammeln Gut, hier sehe ich schon mal Das, das ist ja hier fies Das ist super fies Und dann sehen wir mal So, zack, zack ZEEN Jede Münze die wir kriegen können Und von uns auch Äh, 3, 2 So So Mal grad gucken, ob hier noch irgendeine ist Irgendwelche Ne Boah, das ist aber der Strudel Boah, pass auf Junge Oh, pass auf Junge Die Münzen Keine Ahnung So Zack 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 37 Münzen schon Alle in dem abschleppen So, zack Zack So Dann waren hier unten doch irgendwo Münzen Nein 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 Da Genau Genau Zack Und jetzt tauchen wir auf 45 Münzen Wenn wir noch nicht mal An der Oberfläche So Also brauchen wir jetzt nur noch 50 Nochmal genauso viel Nein Nein Das wollte ich nicht Das wäre jetzt aber Wahrscheinlich so nicht mehr schaffen Nein Fass Schade, fass Egal, machen wir nochmal Nein Nein Das kann doch nicht sein Das kann doch nicht sein Ich komme hier nicht hoch, äh Bei den einfachsten Sachen verfacke ich schon Unglaublich Geht doch So Vielleicht mal auf die andere Seite So Ja Da Lassen wir uns hier einfach runter So Ja, fast schon geschenkt 80 Münzen Und hier machen wir dann nächstes Mal weiter Ich bin jetzt erstmal weg Bis dann